Freundinnen und Freunde der Astrologie, liebe Community, der Januar beginnt gleich super spannend, denn das kosmische Großereignis des Jahrzehnts, vielleicht sogar des Jahrhunderts, kündigt sich an. Pluto wechselt in den visionären Wassermann und diesmal wird es ernst. Bis auf einige Wochen im Herbst bleibt der Planet der Transformation nun endgültig für 20 Jahre im revolutionären Wassermann. Damit ist der Aufbruch in die Luftepoche nicht mehr aufzuhalten. Was bedeutet das nun für die zwölf Sternzeichen und Aszendenten? Darum soll es in diesem Beitrag gehen, wie immer ganz bodenständig und mit vielen hilfreichen Tipps für euren Alltag. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast zu dem Monatshoroskop im Januar. Und der bringt uns gleich den Eintritt des mächtigen Plutos in den Wassermann. Jetzt wird es also wirklich spannend. Die Timecodes für alle zwölf Sternzeichen und Aszendenten findet ihr in der Videobeschreibung bzw. beim Podcast in den Shownotes gleich unter dem Horoskope-Shop. Aber bleibt erst mal dran, denn vorher gibt es Gewinnspiele, ein Rabattgeschenk und glückliche Gewinnerinnen und wir schauen in die kosmische Schwingung für den Januar. Wir haben nämlich nicht nur den historischen Übergang von Pluto in den Wassermann, sondern auch Kämpfer Mars macht von sich reden, der bald im Steinbock ganz neue Kräfte entfaltet. Außerdem sprechen wir noch über den konstruktiven Neumond im Steinbock und den aufregenden Vollmond im Löwen. Wenn ihr selbst erkennen möchtet, welche Energie die Planeten freisetzen oder warum ein Vollmond besonders intensiv und für jeden individuell anders wirkt, dann ist meine nächste Meisterklasse genau das Richtige für euch. Da tauchen wir gemeinsam tiefer in die Astrologie ein und beleuchten Aspekte und Transite, den aufregendsten Teil der Sternenkunde. Hier beginnt das große Bild sich zu formen. Ich zeige euch, wie ihr die psychologischen Muster im Horoskop deutet, Zeitqualitäten erkennt, die Dynamik zwischen Sternzeichen versteht und sogar erste Prognosen stellt. Zehn Abende voller astrologischer Erkenntnisse warten auf euch zwischen dem 27. Februar und dem 26. März per Zoom. Meldet euch an bis Ende Januar und sichert euch 60 Euro Frühbucherrabatt. Lasst uns gemeinsam die Geheimnisse der Astrologie entschlüsseln. Gleich gibt es noch ein Gewinnspiel, aber vorher habe ich noch zwei Preise zu vergeben, nämlich einmal mein Jahrbuch 2024 mit persönlicher Widmung aus der Verlosung im Dezemberhoroskop. Und gewonnen hat Sabine Beranek. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für deinen allerliebsten Post. Ich habe mich sehr gefreut. Und beim Gewinnspiel im Jahreshoroskop habe ich ein Sternzeichenposter verlost. Und ich freue mich sehr, dass die Bilder so gut bei euch ankommen. Also, aus dem Zeichen Waage hat Betty Lu ein wunderschönes Poster gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Betty und vielen Dank für deinen netten Kommentar. Für beide Gewinnerinnen gilt, bitte meldet euch bei uns hier eingeblendet unter service at antonialangsdorf.com. Dann setzen wir uns mit euch in Verbindung und bringen eure Geschenke auf den Weg. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gewinnspiel im Januar. Und diesmal denke ich, dass es eine gute Idee wäre, ein tolles schriftliches PDF-Horoskop zu verlosen, nämlich So transformierst du dein Leben, das große Pluto-Horoskop. Denn es ist jetzt super wichtig zu wissen, wo in eurem persönlichen Horoskop der große Transformationsplanet in den nächsten 20 Jahren unterwegs sein wird. Und so macht ihr mit. Lasst mir ein Abo da, falls noch nicht geschehen, und aktiviert das Benachrichtigungsglöckchen und schreibt mir hier einen Kommentar. Und dann könnt ihr ein Pluto-Horoskop als PDF gewinnen. Näheres zur Verlosung erfahrt ihr auch nochmal im Service-Teil am Ende des Videos. Und jetzt schauen wir in die Sterne für den Januar. Warum ist es eigentlich so wichtig und so spannend, dass jetzt Pluto das Zeichen wechselt? Übergänge der Planeten kommen ja nun häufiger vor. Aber nicht bei Pluto. Da ist es 248 Jahre her, dass er das letzte Mal seine 20-jährige Reise durch den Wassermann angetreten ist. Und das war zur Zeit der Französischen Revolution. Deshalb hat der neue Plutotransit historische Dimensionen. Und wie mächtig er ist, haben wir bereits gemerkt, als er im vergangenen März zum ersten Mal für drei Monate in den Wassermann hineingeschaut hat. Ich denke, es hat wohl keiner vergessen, wie genau in dieser Zeit der Siegeszug der künstlichen Intelligenzanwendungen begonnen hat und vielen auch Angst eingejagt hat. Und es ging auch eine Streikwelle durch Europa. Pluto wurde dann aber nochmal rückläufig und ging zurück in den Steinbock. Und jetzt im Januar ist es wieder soweit und er betritt erneut den Wassermann. Und diesmal wird es ernst, denn bis auf wenige Wochen im Herbst bleibt er dann auch endgültig für die nächsten 20 Jahre in diesem visionären Zeichen. Gleich schauen wir uns das genauer an, aber hier sind erstmal die anderen wichtigen Konstellationen des Monats. Zu Neujahr steht die Sonne im seriösen Steinbock und bildet aufmunternde Aspekte mit Glücksplanet Jupiter und dem innovativen Uranus. Und so erwischen wir voraussichtlich einen guten Start ins neue Jahr und haben sogar gleich eine richtig produktive Phase. Ob für einen Aktivurlaub oder für einen energischen Start im Job, das könnt ihr euch aussuchen. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass wir den ganzen Monat über eine anhaltend gute Verbindung der beiden Businessplaneten Jupiter und Saturn haben. Das ist eine sehr wichtige, stabilisierende und konstruktive Energie, die auch bedeutet, dass wir erkennen, wann Veränderungen unumgänglich sind. Manchmal wird es schneller gehen als gedacht, dass wir pragmatische und machbare Wege finden, neue Dinge umzusetzen. Hilfreich ist dabei, dass Merkur noch im Schützen am 2. Januar wieder direktläufig wird und damit die doch recht chaotische Phase seiner Rückläufigkeit beendet. Deshalb würde ich euch raten, gleich zu Jahresbeginn etwas zu erledigen, vielleicht etwas, was ihr schon länger aufgeschoben habt. Oder einen ersten guten Vorsatz gleich mal umzusetzen. Das bringt ein Erfolgserlebnis und das wiederum ist dann direkt ein Ansporn, noch mehr hinzubekommen. Dass bei alledem der Spaß, Freundschaften und Flirts nicht zu kurz kommen, dafür sorgt Liebesgöttin Venus, die im lebesfrohen Schützen steht. Ihr erinnert euch, ich habe sie euch im Dezember-Video als DJin der Silvesterparty vorgestellt. Sie ist vielleicht in den ersten Tagen des Jahres ein bisschen verkatert, weil sie quer zum strengen Saturn steht. Vielleicht gibt es auch Eifersüchteleien zwischen Frauen, denn auch mit Lilith versteht sie sich vorübergehend nicht so gut. Aber das geht schnell vorbei und dann gibt es über die Mitte des Monats schöne und heilsame Schwingungen in der Liebe, wenn die Liebesgöttin sich mit heiler Chiron zusammentut. Am 4. Januar beginnt der neue, wichtige Marstransit. Der Powerplanet geht dann für sechs Wochen durch den ehrgeizigen Steinbock. Interessant zu wissen ist dabei, dass der Mars astrologisch gesehen im Steinbock als erhöht und deshalb besonders stark gilt. Und das entspricht auch meiner Erfahrung. Wir können uns den Kampfplaneten hier als Bodyguard vorstellen oder als persönlichen Security-Man, der ein ganzes Team im Rücken hat, um uns zu beschützen oder in unserem Auftrag aktiv zu werden. Dabei übernimmt Mars im Steinbock gern die Verantwortung und glaubt manchmal besser zu wissen als wir selbst, was gut für uns ist. Wir müssen also darauf achten, dass dieser innere Krieger uns gehorcht und in unserem Sinne agiert und nicht einfach die Führung übernimmt. Das verlangt uns innere Stärke ab, was ja durchaus gut ist, aber es kann eben auch anstrengend sein. Wir können mit diesem Mars eine Menge erreichen, beruflich oder sportlich, denn er verleiht einen enormen Ehrgeiz und viel Disziplin. Wenn ihr zum Beispiel eine zarte und nachgiebige Fischesonne habt oder eine bescheidene Jungfrau seid oder ein bequemer Stier, dann hilft euch Mars im Steinbock, um euch in einer Sache durchzusetzen, die euch bisher schwer gefallen ist oder die Initiative zu ergreifen oder endlich aus dem Quark zu kommen. Wenn ihr aber wichtige Positionen in Widder, Krebs oder Waage habt, dann kann Mars im Steinbock auch stressige Momente bringen, etwa Auseinandersetzungen mit Kollegen oder Chefs oder euren Herzensmenschen. Und Mars im Steinbock ist hart wie Stahl, der gibt nicht gerne nach. Es ist dann wichtig, ruhig zu bleiben und genau abzuwägen, ob es sich lohnt zu streiten. Denn das muss man auch sagen, Mars im Steinbock ist auch ein guter Stratege, aber nur, wenn man ihn mit Ruhe und Bedacht führt. Also nehmt euch das schöne Mantra zu Herzen, willst du recht haben oder willst du glücklich sein? Auch die 90-Sekunden-Regel kann euch dann sehr behilflich sein. Und wenn ihr Steinbock oder Steinbock-Ascendent seid, lasst euch gesagt sein, Mars im Steinbock verleiht euch die reinsten Superkräfte. Aber es ist wichtig, dass ihr sie weise und mit einem warmen Herzen handhabt. Mehr dazu, wie der Mars für jeden persönlich wirkt, erfahrt ihr gleich in den Sternzeichenhoroskopen. Vorher schauen wir uns aber noch die wichtigen Mondphasen an. Den ersten Neumond des Jahres haben wir am 11. Januar im konsequenten Steinbock. Ich nenne ihn den Neumond der Produktivität, ein echter Business-Neumond. Er weckt in uns den Sinn fürs Praktische und Machbare. Gleichzeitig verbindet er sich mit Revoluzza Uranus und hat deshalb auch eine innovative Energie. Es ist der perfekte Neumond, um Pläne für das neue Jahr zu machen. Denn die Chance, dass wir sie dann auch umsetzen, ist hoch. Gleichzeitig haben wir auch viel Fantasie und Vorstellungskraft. Das ist ideal für ein Neumondritual. Welche Themen der Neumond für euer Sternzeichen bzw. Aszendenten bringt, das erfahrt ihr gleich im Sternzeichenteil. Die Tage nach dem Neumond sind günstig und aufbauend und wenn ihr etwas Neues starten wollt, solltet ihr nicht zögern, damit anzufangen. Ab dem 20. Januar verändert sich die kosmische Schwingung. Zuerst wechselt die Sonne um 15.07 Uhr ins intellektuelle und geistige Luftzeichen Wassermann. Und nur wenige Stunden später, nämlich am 21. Januar um 1.51 Uhr in der Nacht, ist es dann soweit. Machtplanet Pluto betritt den Wassermann. Und weil Pluto der Planet der Transformation ist und der Wassermann das Zeichen der Zukunft und der Revolution, werden Plutos Wandlungskräfte eine starke revolutionäre Energie entwickeln, die uns Richtung Zukunft pusht. Was das für die Welt bedeutet, ist nicht leicht vorherzusagen. Denn das Wesen des Wassermanns ist unberechenbar. Er schafft Strukturen für die Zukunft, aber er macht es eben auf seine Art und lässt sich dabei nichts vorschreiben. Was man aber sagen kann, ist, dass alle Tendenzen der Wandlung, der Zukunft und der Luftepoche sich im Laufe des neuen Jahres voraussichtlich stark beschleunigen werden. Vielleicht noch nicht gleich, aber dann spätestens ab Juni, wenn auch Wachstumsplanet Jupiter in ein Luftzeichen geht, nämlich in die Zwillinge. Deswegen anschnallen, die Reise in die Luftepoche geht los. Wir müssen uns endgültig von der behäbigen und ressourcenverschwendenden Erdepoche verabschieden und Flügge werden. Ich zeige euch nochmal mein Motto-Bild vom Januar. Es soll ausdrücken, dass der Wind des Wandels jetzt spürbar durch die Landschaft weht und der Phönix, den ihr hier seht, symbolisiert Pluto. Ihr erinnert euch? Ich habe euch Pluto als Wandlungskraft vorgestellt, die uns alle und die gesamte Menschheit durch ein Feuer schickt, aus dem wir uns dann hoffentlich wie der Phönix aus der Asche erheben werden. Und wenn ihr mehr über die Luftepoche und ihre Bedeutung wissen wollt, ich habe eine ganze Playlist mit Videos zur Luftepoche zusammengestellt. Da findet ihr Videos zum Thema, auch von Christoph Niederwieser, der auf diesem Gebiet weltweit der Experte Nummer eins ist. Was Pluto im Wassermann und die Luftepoche für die Welt und die Zukunft bedeuten, das solltet ihr euch direkt bei Christoph anschauen. Die umfassende Forschung, die er dafür geleistet hat, ist spektakulär. Wir wollen uns hier darauf konzentrieren, was die neuen Energien für euren Alltag und für euer tägliches Leben bedeuten und, ganz wichtig, für die Liebe und die Beziehung. Denn egal, was auf der großen Weltbühne passiert, diese Themen sind wohl für alle von uns immer noch die wichtigsten. Wie der neue Plutotransit und auch die Sonne im Wassermann sich für euch persönlich auswirken, das erfahrt ihr auch gleich in den Sternzeichenhoroskopen. Für unsere Beziehungen ist zum Beispiel wichtig, dass Liebesgöttin Venus am 23. Januar in den seriösen Steinbock wandert. Ich habe sie hier als coole Business Lady auf der Treppe des Erfolgs dargestellt. Die Steinbock Venus will sich nicht lange mit Geplänkel aufhalten und ist auch nicht unbedingt verspielt, so wie die Schütze Venus. Sie will Ergebnisse sehen und sie will sich darauf verlassen können, dass Zusagen auch eingehalten werden. Sie unterstützt feste und verlässliche Beziehungen. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel mit eurem Flirt verabredet, solltet ihr pünktlich erscheinen und wenn ihr eurem Schatz etwas zusagt, solltet ihr es auch einhalten. Außerdem ist eine Steinbock Venus auch günstig für solide Finanzierungen und eine gute Einschätzung, wenn es um Werte geht. Am 25. Januar haben wir dann den Vollmond im Mutigen Löwen. Der ist auch sehr spannend und aktiviert die Zeichen Löwe und Wassermann. Dieser Vollmond greift die innovativen Tendenzen vom Neumond wieder auf und pusht uns weiter Richtung Zukunft. Er aktiviert die Transformationskräfte von Pluto, der dann im Wassermann steht und ebenso die Kräfte von Wachstumsplanet Jupiter, der Fortschritte verheißt. Nur zwei Tage später, am 27. wird Revoluzza Uranus nach Monaten der Rückläufigkeit wieder direktläufig und auch dadurch werden wir weiter in Richtung Zukunft geschoben, ob wir es wollen oder nicht. Für manche von uns kann Uranus zu Vollmond etwas Chaos bringen. Und wir haben eine heikle Konstellation mit Kämpfer Mars und heiler Chiron. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu emotionalen Verletzungen kommt. Nicht alle neuen Ideen und Zukunftspläne stoßen gleich auf Gegenliebe und es kann uns passieren, dass wir aus Versehen den wunden Punkt bei jemandem antriggern oder dass wir etwas direkt total persönlich nehmen. Also wir sollten in der Zeit rund um den Vollmond achtsam und liebevoll miteinander umgehen. Mehr dazu erfahrt ihr auch gleich in den Sternzeichenhoroskopen. Aber bis zum Monatsende haben wir viele wohltuende und ausgleichende Aspekte. Sie helfen uns dabei, nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren, sondern den Blick auf das Machbare zu behalten und gute Entscheidungen zu treffen. Wer zu Beginn des Jahres ein neues Projekt begonnen hat, kann im Licht dieses Vollmonds vielleicht schon erste Fortschritte feststellen. Und diejenigen unter euch, die besonders sensibel sind und gute geistige Antennen haben, können zu Vollmond in die neue Energie der Luftepoche hineinspüren und vielleicht erahnen, wie sie die neue Zeit mitgestalten können und wo Heilungsbedarf besteht. Der Kosmos unterstützt uns bis Ende des Monats dabei, etwas von unseren konkreten Ideen umzusetzen. Und das wiederum hilft gegen Zukunftsangst und schafft Erfolgserlebnisse. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Januar und jetzt kommen wir zu den Sternzeichen-Horoskopen. Und auch diesmal wieder der Tipp, schaut ruhig auch in das Zeichen eures Aszendenten und was ich da interpretiert habe. Auch darin findet ihr wertvolle Informationen für euch. Nun wünsche ich euch gute und spannende Erkenntnisse und wir beginnen wie immer mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Hallo, ihr mutigen Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Wenn im Januar der große neue Pluto-Transit beginnt, ist das für euch eine gute Nachricht. Denn der Machtplanet steht dann auf 20 Jahre hinaus günstig für euch. Ihr habt jetzt einen mächtigen Freund auf eurer Seite, der allerdings recht eigenwillig ist, viele Ansprüche stellt und das Beste in euch herausholen will. Seid ihr dafür bereit? Wie sich das für euer tägliches Leben auswirkt, schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch einen Tipp für alle, die sich ernsthaft für Astrologie interessieren. Taucht mit mir tiefer in die Welt der Astrologie ein. In unserer nächsten Meisterklasse beleuchten wir Aspekte und Transite, den spannendsten Teil der Sternenkunde, um die Geheimnisse des Horoskops zu entschlüsseln. Ich zeige euch, wie ihr psychologische Muster deutet, Zeitqualitäten erkennt, die Dynamik zwischen Sternzeichen versteht und sogar erste Prognosen stellt. Zehn Abende voller astrologischer Erkenntnisse erwarten euch zwischen dem 27. Februar und dem 26. März per Zoom. Meldet euch an bis Ende Januar und sichert euch 60 Euro Frühbucherabatt. Ich freue mich darauf, euch auf dieser spannenden Reise zu begleiten. Alle Infos zur Meisterklasse findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Im Januar konzentriert sich viel kosmische Energie in eurem Karrierehaus, sodass es bei euch beruflich direkt zu Jahresbeginn voll losgeht. Falls ihr nicht gerade im Urlaub seid, ist das sogar eine gute Nachricht, denn ihr könnt eine Menge schaffen und einen guten Eindruck machen, was sich auch finanziell auszahlen dürfte. Der Preis dafür ist allerdings, dass es anstrengend wird und dass es auch Auseinandersetzungen darum geben kann, wie jetzt vorgegangen werden soll. Vor allem ab dem 4. Januar, wenn Powerplanet Mars für sechs Wochen Erfolg und Stress im Job anzeigt. Deshalb sorgt für Ausgleich, zum Beispiel durch Sport an der frischen Luft. Auch die 90-Sekunden-Regel wird euch gute Dienste leisten, wenn es eine Situation gibt, in der ihr zornig werdet. Mit Ruhe und guten Argumenten kommt ihr besser voran. Unterstützt werdet ihr von Denkplanet Merkur. Der ist ab dem 2. Januar wieder direktläufig und schenkt euch gute Ideen und steht auch günstig, um zum Beispiel gleich zu Jahresbeginn eine Fortbildung einzutüten. Es liegt nahe, dass ihr den Neumond am 11. Januar im Steinbock nutzt, um über Beruf und Berufung nachzudenken. Was wollt ihr dieses Jahr erreichen? Wo könnt ihr Verantwortung übernehmen? Und falls ihr keinen Karrierestress mehr habt, gibt es vielleicht eine ehrenamtliche Tätigkeit, für die ihr euch einsetzen möchtet. Das alles sind gute Themen für diesen Neumond der Karriere und der Produktivität. Ab dem 14. Januar gesellt sich auch Denker Merkur zur Planetenmannschaft in eurem Karrierehaus und unterstützt euch beim Verhandeln. Solange ihr ruhig bleibt, denn nach wie vor müsst ihr die Kräfte von Krieg am Mars unter Kontrolle behalten. Ihr könntet mit scharfen Worten übers Ziel hinausschießen, obwohl ihr Recht habt. Und das könnte nach hinten losgehen, denn immerhin habt ihr heiler Chiron bei euch im Zeichen, was euch auch selbst verletzlicher macht. Wenn ihr hier konstruktiv bleibt und Wege findet, durch die sich alle stärker und besser fühlen, dann habt ihr gewonnen. Ausgleich schafft auch die Liebe, denn bis zum 23. Januar habt ihr einen verführerischen Venus-Einfluss. Gerade in euren Beziehungen dürft ihr ruhig auch eure verletzliche Seite zeigen. Das kommt gut an. Am 20. Januar kommt der große Energiewechsel. Dann beginnt die Wassermann-Saison und fast zeitgleich wechselt auch Transformationsplanet Pluto in den visionären Wassermann. Er wird für die kommenden 20 Jahre wichtige soziale Bereiche in eurem Leben transformieren. Für euch geht es darum, von der Einzelkämpferin zum Teamplayer zu werden. Ihr könnt neue Ideen einbringen und andere auf dem Weg in die Zukunft mitreißen. Wahrscheinlich werdet ihr auch starke Allianzen bilden und euer berufliches Netzwerk eröffnet euch neue Möglichkeiten, in Jobs der Zukunft zu glänzen. Der Vollmond am 25. Januar im Löwen steht günstig und vielleicht ergibt sich dann schon der eine oder andere tolle Kontakt. Für einige von euch kann es aber auch ein sehr emotionaler Vollmond werden, bei der irgendeine Sache euren wunden Punkt berührt. Vielleicht ist es eine berufliche Situation, die euch unter die Haut geht. Lasst euch da nicht von den Gefühlen mitreißen, sondern geht ein bisschen auf Abstand und denkt in Ruhe darüber nach, warum ihr so heftig reagiert und was so starke Gefühle in euch auslöst. Der Vollmond kann euch hier tiefe Erkenntnisse bescheren. Abgesehen davon setzen sich die günstigen beruflichen und finanziellen Aspekte noch bis zum Monatsende fort. Also macht das Beste draus. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr kraftvollen Stiergeborenen und Stier-Ascendenten. Seid ihr bereit für den größten beruflichen Transit eures Lebens? Es wird euch immer wichtiger werden, eurer wahren Berufung zu folgen und da könnt ihr im Januar schon hineinspüren. Und wenn ihr euch schon länger überlegt, ob ihr euch selbstständig machen solltet, erhaltet ihr im Januar einen günstigen Anschub vom Kosmos. Und falls ihr euch vielleicht mit Astrologie selbstständig machen wollt, habe ich hier noch einen tollen Tipp für euch. Taucht mit mir tiefer in die Welt der Astrologie ein. In unserer nächsten Meisterklasse beleuchten wir Aspekte und Transite, den spannendsten Teil der Sternenkunde, um die Geheimnisse des Horoskops zu entschlüsseln. Ich zeige euch, wie ihr psychologische Muster deutet, Zeitqualitäten erkennt, die Dynamik zwischen Sternzeichen versteht und sogar erste Prognosen stellt. Zehn Abende voller astrologischer Erkenntnisse erwarten euch zwischen dem 27. Februar und dem 26. März per Zoom. Meldet euch an bis Ende Januar und sichert euch 60 Euro Frühbucherabatt. Ich freue mich darauf, euch auf dieser spannenden Reise zu begleiten. Alle Infos zur Meisterklasse findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des neuen Jahres steht die Sonne im geerdeten Steinbrock, was euch kräftigt und stabilisiert. Außerdem ist euer Fernweh geweckt. Wundert euch nicht, wenn euer Herz sich gerade jetzt nach einer Reise in ein fernes Land sehnt. Vielleicht seid ihr ja über den Jahreswechsel auch verreist und könnt eure Akkus in der Sonne aufladen. Aber auch wenn es jetzt beruflich wieder losgeht, bekommt ihr viel Power vom Kosmos. Ihr seid super entschlossen und wisst, was ihr wollt. Am 4. Januar geht Mars in den Steinbock und verleiht euch die Fähigkeit, eure Kräfte gezielt und effizient einzusetzen, um eure Ziele zu erreichen. Zögert nicht, eure Vorhaben direkt in Angriff zu nehmen. Fantastisch für den Start neuer Projekte ist der Neumond im Steinbock am 11. Januar. Er aktiviert euren Bereich der neuen Perspektiven, ideal um euch Gedanken über große Pläne und Ziele im neuen Jahr zu machen. Auch Reisen oder Bildung könnten euer Thema sein. Wenn ihr eine Meditation zum Neumond machen wollt, dann visualisiert, wie ihr die Welt erkundet und neue Horizonte entdeckt. Oder wie ihr eure Berufung findet. Lasst euch von der Steinbock Energie unterstützen, indem ihr euch darauf fokussiert, realistische Schritte zu unternehmen, um eure Ziele zu erreichen. Der ganze Monat ist super, um nicht nur Pläne zu machen, sondern auch um Vorhaben direkt in die Tat umzusetzen. Ab dem 20. Januar haben wir einen großen Wandel der Energie, wenn erst die Sonne und einen Tag später dann mystiker Pluto in das zukunftsorientierte Zeichen Wassermann wechselt. Pluto wird für die nächsten 20 Jahre den kosmischen Bereich eurer Karriere, Berufung und Öffentlichkeit transformieren. Es scheinen große gesellschaftliche Aufgaben oder Karrierechancen auf euch zu warten. Ganz konkrete Veränderungen ergeben sich vielleicht schon für die Geburtstagskinder der ersten Stiertage. Aber sicher werden viele von euch die neue kosmische Energie als einen Ruf oder eine Vision eurer Zukunft wahrnehmen. Vielleicht spürt ihr auch, dass es an der Zeit ist, eine neue Einstellung zu eurem Beruf zu entwickeln. Ging es euch vielleicht bisher vor allem darum, gut zu verdienen und viele Sicherheiten zu haben, wird es in Zukunft wahrscheinlich wichtiger, eurer wahren Berufung zu folgen, indem ihr einer Beschäftigung oder Karriere nachgeht, die euch wirklich Freude macht und erfüllt. Gerade in den ersten vier Wochen, solange auch die Sonne im Wassermann steht, habt ihr die Gelegenheit, euch damit intensiv zu beschäftigen. Selbst wenn es erstmal ein bisschen chaotisch wirkt, keine Sorge, die übrigen Planeten helfen euch, die Zukunft mit Zuversicht zu betrachten. Im großzügigen Zeichen Löwe findet am 25. Januar der erste Vollmond des Jahres statt und aktiviert damit euren Heimat- und Familienbereich. Nun geht es vielleicht darum, zu überlegen, wie ihr eure Wünsche bezüglich eines gemütlichen Heims mit den Entwicklungen in eurem Beruf unter einen Hut bekommt. Vielleicht habt ihr den dringenden Wunsch, etwas zu verändern und das auf ganz untypischen Art, nämlich ohne Planung und ohne lange drüber nachzudenken. Oder ihr müsst plötzlich eine Entscheidung treffen. Dann könnt ihr zu Vollmond um Eingebungen bitten. Ihr bekommt das hin, denn gleichzeitig erhaltet ihr sehr gute und stabilisierende Einflüsse. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, euch fällt wahrscheinlich eine sinnvolle und machbare Lösung ein. Und noch eine gute Nachricht, in euren Beziehungen zu euren Herzensmenschen, auch Freundinnen oder Freunde und auch aus eurem sozialen Netzwerk sieht es im Januar friedlich und harmonisch aus. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr brillanten Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Ein neues Jahr liegt vor uns und für euch versprechen die Sterne Großartiges. Der Januar wird euch tolle Zeiten mit euren Lieblingsmenschen und viele romantische Stunden bringen. Und wenn Transformationsplanet Pluto in den Wassermann wechselt, profitiert ihr als Luftzeichen besonders davon. Pluto wird euer Interesse an neuen Themen wecken. Vielleicht habt ihr dann ja auch Lust auf eine Ausbildung in Astrologie? Dann habe ich noch einen Tipp für euch. Taucht mit mir tiefer in die Welt der Astrologie ein. In unserer nächsten Meisterklasse beleuchten wir Aspekte und Transite, den spannendsten Teil der Sternenkunde, um die Geheimnisse des Horoskops zu entschlüsseln. Ich zeige euch, wie ihr psychologische Muster deutet, Zeitqualitäten erkennt, die Dynamik zwischen Sternzeichen versteht und sogar erste Prognosen stellt. Zehn Abende voller astrologischer Erkenntnisse erwarten euch zwischen dem 27. Februar und dem 26. März per Zoom. Meldet euch an bis Ende Januar und sichert euch 60 Euro Frühbucherabatt. Ich freue mich darauf, euch auf dieser spannenden Reise zu begleiten. Alle Infos zur Meisterklasse findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Freut euch auf ein spannendes neues Jahr, das ihr als Luftzeichen unter dem unterstützenden Einfluss von Pluto verbringen werdet, der jetzt ab Januar fast vollständig im Wassermann bleibt. Für euch wird es mit am einfachsten, euch auf die neue Energie einzustellen. Erinnert ihr euch noch an die Zeit zwischen März und Juni letzten Jahres, was da so los war? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Gute Nachrichten gibt es gleich zu Beginn von eurem Herrscher, Kommunikationsplanet Merkur, der direkt nach dem Neujahrskater am 2. Januar wieder direktläufig wird und Gespräche und eure Beziehungen wieder in die richtige Bahnen lenkt. Falls es mit eurem Schatz zu Missverständnissen kam, läuft es jetzt wieder rund. Bis zum 22. Januar habt ihr nämlich eine super Phase für die Liebe. Da heißt es Kuscheln und Schmusen in den kalten Wintertagen. Oder habt ihr vielleicht in der Silvesternacht jemanden kennengelernt? Dann könnte es jetzt richtig prickeln. Und vielleicht fühlt ihr euch ab dem 4. Januar motiviert, Beziehungen auf die nächste Stufe zu heben und ernst zu machen. Ihr wollt jetzt was bewegen und zum Beispiel endlich mit eurem Schatz zusammenziehen. Oder es geht um Verträge, über die ihr schon lange gesprochen habt. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um Nägel mit Köpfen zu machen. Auch erotische Abenteuer können jetzt eure Wintermonate versüßen. Egal ob Single oder liiert, Langeweile sollte bei euch auf jeden Fall nicht so schnell aufkommen. Den ersten Neumond des Jahres haben wir am 11. Januar im erdgebundenen Steinbock. Und damit für euch im Lebensbereich für Tiefe und Transformation. In einer Meditation könnt ihr euch dem Thema der Verwandlung hingeben, gerade im Bereich eurer Beziehungen. Wenn es etwas mit jemandem gibt, was ihr im neuen Jahr anders machen möchtet, dann wäre das ein super Thema für eine Neumond-Meditation. Auch wenn ihr euch mehr Verbindlichkeit wünscht, habt ihr für den restlichen Monat eine super Phase, um eure Wünsche zu kommunizieren und Gehör zu finden. Den wohl wichtigsten Planeten Wechsel haben wir auch gleich im Januar, wenn am 20. erst die Sonne und einen Tag später Transformationsplanet Pluto in den kreativen Wassermann wechseln. In der ersten Zeit, gerade solange auch noch die Sonne im Wassermann steht, kann es durchaus ein bisschen chaotisch zugehen. Aber ihr als Luftzeichen profitiert von der aufwirbelnden Energie. Grundsätzlich könnt ihr euch ja schnell gut anpassen. Vielleicht wird aber auch erst mal das ein oder andere Glaubenssystem von euch in Frage gestellt. Oder ihr habt den dringenden Wunsch, alles zu verkaufen und als digitaler Nomade ein völlig neues Leben zu beginnen. Fernweh wird auf jeden Fall ein Thema in nächster Zeit bei euch werden. Es ist aber gut möglich, dass ihr das nicht alleine machen wollt. Ihr spürt jetzt vielleicht den Wunsch, einen Menschen fester in eure Pläne einzubinden. Oder es kann sein, dass sich jetzt Erbschaftsthemen zeigen. Vielleicht bekommt ihr etwas vererbt, was eure finanzielle Situation ändert und euch damit neue Möglichkeiten eröffnet. Der erste Vollmond des Jahres findet am 25. Januar auf der Achse Wassermann-Löwe statt. Und das wird eine sehr elektrisierende Angelegenheit, weil Uranus nicht nur beteiligt ist, sondern kurz vor dem Wechsel in die Direktläufigkeit steht und deshalb besonders viel Kraft habt. Ihr könntet jetzt richtige Geistesblitze haben und völlig neue Erkenntnisse finden. Wichtig ist aber, dass ihr gut schlaft und gut auf eure Nerven achtet. Eine regelmäßige Meditation würde euch auf jeden Fall jetzt helfen, um in eurem inneren Gleichgewicht zu bleiben. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Eine völlig neue Energie erwartet euch ab 2024 in euren Liebesbeziehungen, aber auch mit allen anderen wichtigen Menschen in eurem Leben. Der große Transformator Pluto verlässt nach über 15 Jahren euer Partnerhaus und wird schon fast das komplette neue Jahr im Zeichen Wassermann bleiben. Was das für euch genau bedeutet, schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen kosmischen Tipp für euch. Taucht mit mir tiefer in die Welt der Astrologie ein. In unserer nächsten Meisterklasse beleuchten wir Aspekte und Transite, den spannendsten Teil der Sternenkunde, um die Geheimnisse des Horoskops zu entschlüsseln. Ich zeige euch, wie ihr psychologische Muster deutet, Zeitqualitäten erkennt, die Dynamik zwischen Sternzeichen versteht und sogar erste Prognosen stellt. Zehn Abende voller astrologischer Erkenntnisse erwarten euch zwischen dem 27. Februar und dem 26. März per Zoom. Meldet euch an bis Ende Januar und sichert euch 60 Euro Frühbucherabatt. Ich freue mich darauf, euch auf dieser spannenden Reise zu begleiten. Alle Infos zur Meisterklasse findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im Januar bevölkern viele Planeten und die strahlende Sonne euer Partnerhaus und lenken kosmische Energie auf eure zwischenmenschlichen Beziehungen. Es kann gut sein, dass ihr das mit eurem Schatz oder anderen wichtigen Menschen deutlich merkt, zum Beispiel, indem tiefschürfende Themen auf den Tisch kommen. Es kommt aber auch richtig Schwung in euer Liebesleben. Falls ihr fest liiert seid, dann könnt ihr vielleicht ein paar schöne freie Tage mit eurem Schatz im Winterurlaub verbringen. Alle Singles, die sich wieder verlieben möchten, haben jetzt großartige Wochen vor sich, die viel Action in das Liebes- und Datingleben bringen. Um gemeinsam mit dem Universum an euren Beziehungen zu arbeiten, bietet sich gleich der 11. Januar an. Da haben wir nämlich den ersten Neumond in eurem Partnerhaus Steinbock. Gibt es wichtige Beziehungen in eurem Leben, die eine Neuausrichtung benötigen? Neben eurem Liebespartner geht es genauso um andere wichtige Bezugspersonen in eurem Leben, wie Freunde oder Kollegen oder der Chef. Visualisiert in einer Neumond-Meditation das Verhältnis so, wie es für euch sein soll und konzentriert euch auf das positive Ergebnis. Bis zum Valentinstag habt ihr prickelnde, tolle Liebessterne. Egal, ob mit eurem festen Schatz oder einer neuen Flamme, ihr werdet den Winter auf jeden Fall nicht allein auf dem Sofa verbringen. Ab dem 4. Januar kommt eine leidenschaftliche Note hinein, wenn Powerplanet Mars euer Partnerhaus mit seiner Energie belebt. Er bleibt dort für sechs Wochen und es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es in dieser Zeit auch mal eine hitzige Auseinandersetzung gibt. Eine spannende neue Energie entwickelt sich ab dem 20. Januar, wenn erst die Sonne und einen Tag später Mystiker Pluto in den originellen Wassermann wechseln. Neben romantischer Liebe und engen Beziehungen, die nach wie vor Thema für euch bleiben, geht es jetzt vielleicht auch um Verbindlichkeit und mehr Tiefe. Mit der Zeit werdet ihr eine Erleichterung spüren, weil Pluto euch nicht mehr frontal gegenübersteht. Vielleicht wird es ein bisschen so sein, wie wenn man nach Hause kommt und einen schweren Wintermantel ablegt. Man hatte das Gewicht beim Tragen gar nicht mehr gespürt, aber wenn es dann weg ist, wie erleichtert ist man dann plötzlich. Nun werden für euch neue Themen wichtig. Ihr wollt und braucht mehr Verbindlichkeiten. Vielleicht reizen euch in eurer Partnerschaft auch Dinge, die bisher tabu waren. Das heißt aber auch, dass ihr lernen dürft, ehrlich zu euren Bedürfnissen zu stehen. Einen Vorgeschmack auf die neuen Schwingungen bringt der Vollmond im feurigen Löwen am 25. Januar. Bei euch kann die Konstellation die Frage aufwerfen, wo ihr zu sehr daran interessiert seid, es anderen Menschen recht zu machen und ob ihr eure eigenen Grenzen genug respektiert. Es könnten sich auch Geld- und Finanzthemen zeigen, zum Beispiel Erbschaften oder Vertragsangelegenheiten. Ihr solltet hier sehr aufmerksam sein und hineinspüren, denn diese Themen werden langfristig mit dem neuen Plutotransit für euch sehr wichtig. Vielleicht könnt ihr in einer Meditation um Erkenntnisse darüber bitten. Schaut euch dazu gerne auch nochmal mein Video über Pluto im Wassermann an. Da erfahrt ihr ausführlich, was der Transit für die Krebsgeborenen und Krebsaszendenten bedeutet. Zum Ende des Monats verbindet sich Denker Merkur mit Kämpfer Mars in eurem Partnerhaus und da kann es schon mal die ein oder andere Diskussion geben. Ihr solltet euch einerseits nicht provozieren lassen, aber es ist andererseits wichtig, eure Wahrheit auszusprechen und nicht um des lieben Friedenswillen halbherzige Kompromisse einzugehen. Das wird nämlich mit Pluto im Wassermann auf die Dauer schwierig werden. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fantastischen Löwegeborenen und Löweaszendenten. Das neue Jahr beginnt für euch mit dem wichtigsten Beziehungsvollmond des Jahres in eurem Zeichen. Außerdem wird Mystiker Pluto noch jetzt im Januar in euer Partnerhaus wechseln und eure Beziehungen in den nächsten Jahren von Grund auf verändern. Wer solche super wichtigen Tendenzen besser verstehen und vielleicht selbst deuten lernen will, für den habe ich noch einen heißen Tipp. Taucht mit mir tiefer in die Welt der Astrologie ein. In unserer nächsten Meisterklasse beleuchten wir Aspekte und Transite, den spannendsten Teil der Sternenkunde, um die Geheimnisse des Horoskops zu entschlüsseln. Ich zeige euch, wie ihr psychologische Muster deutet, Zeitqualitäten erkennt, die Dynamik zwischen Sternzeichen versteht und sogar erste Prognosen stellt. Zehn Abende voller astrologischer Erkenntnisse erwarten euch zwischen dem 27. Februar und dem 26. März per Zoom. Meldet euch an bis Ende Januar und sichert euch 60 Euro Frühbucherabatt. Ich freue mich darauf, euch auf dieser spannenden Reise zu begleiten. Alle Infos zur Meisterklasse findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des Jahres macht euch der Kosmos Lust, eine neue Sportart auszuprobieren oder in einen Retreat zu fahren. Vielleicht habt ihr auch ein schlechtes Gewissen eurem Körper gegenüber, je nachdem, wie viel ihr in der Weihnachtszeit und über die Festtage geschlemmt habt. Bewegung und Action ist jetzt auf jeden Fall voll euer Ding und im Idealfall schafft ihr es in den nächsten Wochen in den Winterurlaub und könnt euch auf der Piste austoben. Dabei solltet ihr es allerdings bis Anfang Februar nicht übertreiben. Konzentriert euch gerne auf eure Fitness, weil euch das körperlich und seelisch ausbalanciert, aber geht keine unnötigen Risiken ein. Ihr seid den ganzen Monat über motiviert, etwas Neues und vielleicht sogar Radikales für eure Gesundheit und euer Wohlbefinden zu tun. Wenn ihr das bis zum 22. Januar durchhaltet, haben Singles danach ziemlich gute Chancen, jemanden im Gym kennenzulernen. Haltet dann mal die Augen offen. Falls ihr euch gesunde Vorsätze für das neue Jahr vornehmen wollt, die ihr vielleicht dieses Mal auch wirklich durchhaltet, könntet ihr es mal mit dem ersten Neumond des Jahres im konsequenten Steinbock versuchen. Der ist am 11. Januar. Versucht euch in einer Meditation tägliche Bewegung als etwas Selbstverständliches vorzustellen, was euch begleitet und fester Bestandteil eures Alltags ist. Wenn ihr euer neues Programm einen Mondzyklus lang durchhaltet, hat sich euer Gehirn schon daran gewöhnt und es in den Alltag integriert. Am 20. Januar beginnt der größte Beziehungstransit eures Lebens, wenn erst die Sonne und einen Tag später Transformationsplanet Pluto in euer Partnerhaus Wassermann wechseln. Bis auf wenige Wochen im Herbst wird Pluto ab jetzt für die nächsten 20 Jahre immer wieder neue Menschen in euer Leben bringen, die euer Verständnis von Liebe, Partnerschaft, Romantik, aber auch Freundschaft oder Kollegialität grundlegend verändern. Vielleicht lernt ihr jemanden kennen, wenn ihr an der Poststation auf ein Paket wartet oder ihr stellt fest, dass Beziehungen so viel vielfältiger sind, als ihr bis jetzt dachtet. Gerade wenn die Sonne noch im Wassermann steht, ist die Energie spannend bis chaotisch und es kann zu plötzlichen Veränderungen mit Menschen in eurem Leben kommen. Eine unerwartete Liebeserklärung oder auch eine plötzliche Entfremdung könnten jetzt schon mal passieren, aber es kann auch der Chef kurzfristig wechseln oder eine gute Freundin verändert ihren Wohnort. Am 25. Januar haben wir auch schon euren superwichtigen Beziehungsvollmond im Löwen. Das gibt euch die Gelegenheit, über die spannenden Wendungen in eurem Leben nachzudenken und zu meditieren. Zusätzlich steht Revolutionsplanet Uranus in diesen Tagen besonders stark mit seiner unberechenbaren und spannenden Energie und das bei euch im Karrierehaus. So kann es für euch in eurem öffentlichen Leben oder auch Büroalltag zu echten Durchbrüchen kommen. Projekte, die ins Stocken geraten waren, können jetzt wieder Fahrt aufnehmen und ihr bekommt viel erledigt, ihr habt Durchhaltevermögen und könnt euch super präsentieren. Euer Gespür für den richtigen Moment ist jetzt phänomenal und falls ihr Einfluss darauf nehmen könnt, solltet ihr wichtige berufliche Termine in die letzten Januartage legen. Da könnt ihr mächtig Pluspunkte sammeln. Vielleicht beginnt ihr das neue Jahr dann gleich mit einer Beförderung oder einem tollen neuen Projekt, wo ihr eure kreative Energie so richtig ausleben könnt. Kommentiert mir gerne mal, was in der Zeit bei euch so passiert. Neben den Wassermännern gehört ihr zu den Heldinnen und Helden des neuen Transits von Pluto durch den Wassermann. Es wird immer spannend sein, wie es euch so ergeht. Und als erstes merken, dass alle die, die Geburtstag in den ersten Löwetagen haben oder den Aszendent auf 0 bis 2 Grad Löwe haben. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr zauberhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Das neue Jahr steht vor der Tür und ihr könnt mit viel Energie und guten Ideen in den Januar starten. Deswegen ist Winterblues wahrscheinlich überhaupt kein Thema für euch. Zusätzlich steht einer der größten kosmischen Wechsel des Jahres an und wird euren Alltag sicher für immer verändern. Bevor wir uns das näher anschauen, habt ihr schon mal überlegt und drüber nachgedacht, vielleicht selbst Astrologie zu erlernen? Taucht mit mir tiefer in die Welt der Astrologie ein. In unserer nächsten Meisterklasse beleuchten wir Aspekte und Transite, den spannendsten Teil der Sternenkunde, um die Geheimnisse des Horoskops zu entschlüsseln. Ich zeige euch, wie ihr psychologische Muster deutet, Zeitqualitäten erkennt, die Dynamik zwischen Sternzeichen versteht und sogar erste Prognosen stellt. Zehn Abende voller astrologischer Erkenntnisse erwarten euch zwischen dem 27. Februar und dem 26. März per Zoom. Meldet euch an bis Ende Januar und sichert euch 60 Euro Frühbucherrabatt. Ich freue mich darauf, euch auf dieser spannenden Reise zu begleiten. Alle Infos zur Meisterklasse findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Gute Nachrichten gibt es direkt nach dem Jahreswechsel von eurem Herrscher Merkur, der am 2. Januar wieder direktläufig wird und euch so die Kommunikation in eurem Privatleben wieder ein bisschen leichter macht. Falls es mit eurer Familie in den Feiertagen zu Missverständnissen gekommen ist, lösen die sich jetzt schnell auf. Ab dem 4. Januar habt ihr eine tolle Phase, um euch sportlich so richtig auszupowern und vielleicht das ein oder andere Feiertagskilo wieder loszuwerden. Denn nun wechselt Mars in den Steinbock und schenkt euch für die nächsten sechs Wochen jede Menge Energie und Kraft. Zum Beispiel könntet ihr mit euren Kindern oder jüngeren Menschen tolle Ausflüge machen, vielleicht im Winterurlaub. Und für alle zu Hause gebliebenen, wann wart ihr eigentlich das letzte Mal Schlittschuhlaufen? Möchtet ihr im neuen Jahr ein kreatives Projekt verwirklichen, dann solltet ihr euch zum Neumond am 11. Januar mit eurer inneren Quelle verbinden und in einer Meditation der Frage widmen, was ihr als Kind gern Kreatives gemacht habt. Basteln vielleicht oder malen oder musizieren? Redet doch auch mal mit euren Eltern oder euren Geschwistern darüber. Euch könnte in der Zeit bis zum 14. Januar ein Licht aufgehen, wenn es um Themen aus eurer Kindheit geht. Ab dem 20. Januar wird dann die Energie deutlich anders. Zuerst wandert die Sonne in den visionären Wassermann und einen Tag später folgt Transformationsplanet Pluto. Für euch beginnt dann eine Phase, in der Gesundheitsthemen und auch eure Alltagsstrukturen sich langfristig verändern können, weil die Kräfte der Zukunft euch dort beeinflussen. Das kann auch euren Arbeitsalltag betreffen und vielleicht merkt ihr das gleich Ende Januar, dass Neuigkeiten euch in Atem halten. Versucht die Nerven zu behalten und denkt an die 90-Sekunden-Regel, wenn ihr Ungeduld oder Anspannung verspürt. Das hilft euch, wieder runterzukommen. Bedenkt, dass euer Alltagsleben jetzt unter dem Einfluss von Pluto steht. Dann geht ihr entspannter damit um, weil es euch immer beruhigt, zu wissen, was vor sich geht. Und solange auch die Sonne im Wassermann steht, könnt ihr da schon mal hineinspüren, was es für Neuerungen sein könnten. Hilfreich ist dabei Liebesgöttin Venus, die ab dem 23. Januar für die nächsten drei Wochen im stabilen Steinbock steht und euch emotional erdet. Das wird eine schöne Phase für eure Liebesbeziehungen. Ihr werdet Herzenswärme empfinden und Freude aneinander haben. Und Singles sollten vielleicht mal ein neues Hobby ausprobieren, wenn sie jemanden kennenlernen wollen. Vielleicht einen Tanzkurs? Bewegung und kreative Arbeit helfen euch in dieser unruhigen Phase. Auch eine disziplinierte Yoga- und Meditationsroutine kann euch guttun. Vielleicht gibt es auch ein Hobby, was sich finanziell für euch lohnen würde. Zum Beispiel selbstgemachtes auf Etsy verkaufen. Denkt mal drüber nach. Einen sehr emotionalen und intensiven Vollmond haben wir am 25. Januar im temperamentvollen Löwen, der gemeinsam mit Revoluzza Uranus für Spannung sorgt. Vielleicht verspürt ihr ein Bedürfnis, euch aus dem Alltag zurückzuziehen und müsst euch entkoppeln, weil euch sonst alles zu viel wird. Plant auf jeden Fall etwas Zeit für euch selbst ein, damit ihr euch nicht nur energetisch neu einschwingen könnt, sondern auch eurem inneren Bedürfnis nach Stille gerecht werdet. Noch besser wäre es, ihr packt einen kleinen Koffer und fahrt allein in einen Mini-Urlaub. Das ist vielleicht sehr spontan für euch, aber eure Komfortzone zu verlassen wird in der nächsten Zeit sowieso wichtig werden. Da könnt ihr direkt mal damit anfangen. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr charismatischen, vagegeborenen und vage-Ascendenten. Eine große energetische Veränderung erwartet euch gleich im ersten Monat des Jahres. Nach 15 Jahren endet der Transit von Machtplanet Pluto in eurem Familien- und Heimatbereich und ihr werdet das sicher als Erleichterung empfinden. Nun beginnt eine neue Zeit mit viel kreativer Power. Vielleicht wäre es eine gute Sache, euer geistiges Potenzial in die Astrologie zu stecken? Dann hätte ich noch einen Tipp für euch. Taucht mit mir tiefer in die Welt der Astrologie ein. In unserer nächsten Meisterklasse beleuchten wir Aspekte und Transite, den spannendsten Teil der Sternenkunde, um die Geheimnisse des Horoskops zu entschlüsseln. Ich zeige euch, wie ihr psychologische Muster deutet, Zeitqualitäten erkennt, die Dynamik zwischen Sternzeichen versteht und sogar erste Prognosen stellt. Zehn Abende voller astrologischer Erkenntnisse erwarten euch zwischen dem 27. Februar und dem 26. März per Zoom. Meldet euch an bis Ende Januar und sichert euch 60 Euro Frühbucherabatt. Ich freue mich darauf, euch auf dieser spannenden Reise zu begleiten. Alle Infos zur Meisterklasse findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Das neue Jahr beginnt für euch wohl mit einer turbulenten Phase zu Hause, obwohl euch eigentlich der Sinn nur nach Stabilität, Sicherheit und Harmonie steht. Hilfreich ist auf jeden Fall, dass Kommunikationsplanet Merkur ab dem 2. Januar wieder direkt läuft und die Verständigung in euren vier Wänden dann wieder besser funktioniert. Das hilft, wenn die Herren in eurem Leben vielleicht ein bisschen anstrengender oder auch egoistischer sind als sonst. Auch mit Vermietern oder Mietern könnte es jetzt ein bisschen ruppig werden. Vielleicht ist es auch die Nebenkostenabrechnung, die euch unter Spannung setzt. Versucht, Frustration produktiv auszugleichen, indem ihr vielleicht gute Neujahrsvorsätze umsetzt und das Haus von oben bis unten grundreinigt oder den Keller endlich mal entrümpelt. Eine produktive Phase, um in eurem Heim etwas in Angriff zu nehmen, zeigt nämlich Powerplanet Mars ab dem 4. Januar an. Und wenn euer Zuhause im Moment nicht so ist, wie es ihr euch vorstellt, dann könnt ihr super mit dem ersten Neumond des Jahres am 11. Januar im konsequenten Steinbock arbeiten. Visualisiert in einer Meditation zum Neumond eure Wohnsituation oder Familie so, wie ihr sie euch wünscht. Vielleicht ist euer Heim aber auch genauso ästhetisch und schön, wie es sein soll. Dann steht es vielleicht an, sich dem inneren Kind zu widmen. Euer eigenes Bedürfnis nach Geborgenheit braucht genauso viel Aufmerksamkeit wie eure Familie. Also schenkt euch auch selbst Zuwendung. Den größten Energiewechsel des Jahres haben wir gleich in den ersten paar Wochen, wenn der mächtige Pluto in den visionären Wassermann wechselt. Begleitet wird er dabei von der Sonne am 20. Januar. Zwischen 2008 und 2023 hattet ihr den Krisenplaneten in eurem Familienbereich und damit Entspannung zu euch. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr in der Zeit ein oder auch mehrere Male umgezogen seid und dass es da immer wieder mal Themen gab. Doch das ist jetzt so gut wie ausgestanden und für die nächsten 20 Jahre bekommt ihr als Luftzeichen eine super Schubkraft. Pluto wird auf seiner Reise durch den Wassermann einen förderlichen und stärkenden Aspekt zu eurer Sonne beziehungsweise dem Aszendenten bilden. Dabei aktiviert er euren kosmischen Bereich der Kreativität und des schöpferischen Selbstausdrucks. Das macht euch zu Heldinnen und Helden der Luftepoche. Ihr seid gefordert, eure ganze Kreativität und Schaffenskraft einzusetzen, um die Gesellschaft in dieser herausfordernden Zeit zu begleiten und zu inspirieren. Aber auch im positiven Aspekt ist Pluto ein Faktor, mit dem man nicht leichtsinnig umgehen darf. Und es gibt ein paar Sachen zu beachten. Ihr werdet Menschen begegnen, die begeistert von eurer Arbeit oder Person sind und euch Vorschläge und Angebote zur Kooperation machen. Vielleicht verbunden mit viel Geld. Und hier seid ihr dann gefordert, genau zu unterscheiden, ob eine solche Verbindung euch nicht von eurem wirklichen Herzensweg abbringt. Vielleicht ergeben sich jetzt im Januar und bis Mitte Februar schon Situationen, in denen ihr diese Themen wahrnehmen könnt. Der erste Vollmond des Jahres am 25. Januar im Herzlichen Löwen aktiviert euren Freundeskreis und eure Wahlverwandtschaften. Und ihr habt sicher lustige und kreative Stunden mit viel Spaß. Doch es liegt auch Spannung in der Luft. Einige Menschen sind sicher ziemlich nervös. In den letzten Januartagen könnte euer Hausfrieden der ein oder anderen Geduldsprobe unterzogen werden. Die 90-Sekunden-Regel hilft euch, gelassen zu bleiben. Und dann könnt ihr euren Standpunkt klar kommunizieren und auf eure Liebsten zugehen. Auch wenn ihr normalerweise immer die Vermittler seid, eure Sichtweise ist genauso relevant und wichtig. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr magischen Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Willkommen in einer neuen Phase eures Lebens, die für euch als fixes Zeichen viele Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung bringen wird. Denn euer Herrscher Pluto wechselt jetzt im Januar in das Zeichen Wassermann und wird für die nächsten 20 Jahre spannende Aspekte zu euch bilden. Bevor wir uns das näher anschauen, habe ich noch eine Information für alle, die sich für Astrologie interessieren. Taucht mit mir tiefer in die Welt der Astrologie ein. In unserer nächsten Meisterklasse beleuchten wir Aspekte und Transite, den spannendsten Teil der Sternenkunde, um die Geheimnisse des Horoskops zu entschlüsseln. Ich zeige euch, wie ihr psychologische Muster deutet, Zeitqualitäten erkennt, die Dynamik zwischen Sternzeichen versteht und sogar erste Prognosen stellt. Zehn Abende voller astrologischer Erkenntnisse erwarten euch zwischen dem 27. Februar und dem 26. März per Zoom. Meldet euch an bis Ende Januar und sichert euch 60 Euro Frühbucherrabatt. Ich freue mich darauf, euch auf dieser spannenden Reise zu begleiten. Alle Infos zur Meisterklasse findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Das neue Jahr beginnt mit guten Vibes für euch. Vielleicht habt ihr noch frei und könnt endlich mal ein paar Tage zum Lesen oder Podcast hören nutzen. Das würde eure Batterien super aufladen. Gute Nachrichten für eure Finanzen und Geldgeschäfte gibt es gleich Anfang Januar. Ab dem zweiten ist Merkur wieder direktläufig und vielleicht habt ihr noch freie Tage und macht gleich eure Steuererklärung oder tätigt anderweitig Geldgeschäfte. Die Zeit bis zum 22. Januar ist auf jeden Fall günstig für solche Projekte. Ab dem 4. Januar bekommt ihr von Mars viel Power, wenn es um eure Kommunikation und euer Lernen geht. Ihr seid jetzt leidenschaftliche Redner, super für die Arbeit oder Themen, die euch am Herzen liegen. Achtet nur ein bisschen drauf, auch andere Meinungen gelten zu lassen. Auch Ansichten, die eurer nicht entsprechen, haben ihre Berechtigung. Besonders intensiv für diese Energie am 11. Januar, da haben wir den Neumond im konsequenten Steinbock. In einer Meditation könntet ihr euch ganz darauf konzentrieren, Botschaften aus dem Kosmos zu empfangen. Vielleicht visualisiert ihr euch auf einen hohen Berg, da sitzt ihr dann, wie ihr die Botschaften direkt vom Universum empfangt. Die Steinbock-Energie wirkt sich stabilisierend auf eure Kommunikation aus. Verbeißt euch bis zum 19. Januar allerdings nicht zu sehr in euren Standpunkt. Am 20. Januar beginnt der schon groß angekündigte Transit von Pluto. Zuerst wechselt die Sonne in den visionären Wassermann und einen Tag später folgt dann der mächtige Pluto. Hier wird er dann erstmal bleiben und gerade in den ersten Wochen, solange auch die Sonne im Wassermann steht, ein bisschen Aufregung, vielleicht auch Chaos verursachen. Ziel des Plutotransits ist es, eure Sicht auf emotionale Sicherheit, Heimat und familiäre Beziehungen zu transformieren. Vielleicht habt ihr eine Familie, die sehr besitzergreifend ist und euch oft stark fordert. Dann wäre die Aufgabe hier, sich aus den Ketten der Verpflichtungen zu befreien und ein Heim nach euren Vorstellungen zu gestalten. Oder vielleicht wünscht ihr euch auch eine eigene Familie oder ein neues Zuhause. Dann könnt ihr die machtvolle Energie wunderbar nutzen und ein Umzug würde euch vielleicht auch ganz gut tun. Aber ihr müsst nichts überstürzen. Die Veränderung wird von ganz alleine und ganz allmählich auf euch zukommen. Die Wirkung Plutos werden während des ganzen Jahres wohl alle spüren, die in den ersten Tagen des Skorpionszeichens Geburtstag oder den Aszendenten auf ein bis drei Grad Skorpion haben. Aber es können auch andere Planeten in eurem Horoskop diese Einflüsse empfangen. Superintensiv wird es dann am 25. Januar, wenn wir den ersten Vollmond des Jahres im strahlenden Löwen haben. Bei euch geht dann der Scheinwerfer neben eurer Familie auf euer öffentliches Leben. Zusammen mit dem revolutionären Uranus setzt euch dieser Vollmond in den letzten Januartagen ganz schön unter Strom. Im Idealfall könnt ihr euch mit dieser intensiven Energie stärken und sie für euch nutzen. Aber es ist auch möglich, dass euch das alles zu viel wird. In eurer Partnerschaft, im Job und in der Familie kann es dann gleichzeitig turbulent werden und ihr wisst nicht mehr, wo euch der Kopf steht. Behaltet die Nerven und denkt an die 90-Sekunden-Regel. Wenn ihr die Ruhe bewahrt, könnt ihr euch mit guten Argumenten auf jeden Fall durchsetzen. Wenn nötig, nehmt euch genug Freiraum, um euch in den kommenden Wochen gut zu balancieren. Geht viel in die Natur und versucht regelmäßige Achtsamkeitsübungen wie Yoga, Meditation oder Atemtechniken in euren Alltag zu integrieren. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr großartigen Schützen- und Schütze-Ascendenten. Ein neues Jahr beginnt und ihr habt den ganzen Monat über fantastische Sterne. Ihr solltet auf jeden Fall ein paar Vorsätze für das neue Jahr fassen, denn ihr könnt es schaffen, sie auch umzusetzen. Wollt ihr vielleicht etwas für eure geistige Fortbildung tun? Vielleicht wäre eine astrologische Ausbildung eine super Idee. Ich biete nämlich bald eine neue Meisterklasse an. Taucht mit mir tiefer in die Welt der Astrologie ein. In unserer nächsten Meisterklasse beleuchten wir Aspekte und Transite, den spannendsten Teil der Sternenkunde, um die Geheimnisse des Horoskops zu entschlüsseln. Ich zeige euch, wie ihr psychologische Muster deutet, Zeitqualitäten erkennt, die Dynamik zwischen Sternzeichen versteht und sogar erste Prognosen stellt. Zehn Abende voller astrologischer Erkenntnisse erwarten euch zwischen dem 27. Februar und dem 26. März per Zoom. Meldet euch an bis Ende Januar und sichert euch 60 Euro Frühbucherabatt. Ich freue mich darauf, euch auf dieser spannenden Reise zu begleiten. Alle Infos zur Meisterklasse findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Direkt am 2. Januar wird Denkplanet Merkur in eurem Zeichen direktläufig und pusht eure fröhliche, kommunikative Art. Andere haben Neujahrs-Blues. Ihr habt Lust auf Bewegung, gerade in den ersten drei Januartagen. Ich sehe euch schon eisbaden in einem nahegelegenen See. Ein bisschen vernünftiger werdet ihr dann ab dem 4. Januar, wenn Kampfplanet Mars euer Zeichen verlässt und sich für die nächsten sechs Wochen im pragmatischen Steinbock aufhält. Für eure Selbstliebe und eine positive Ausstrahlung ist der Januar ebenfalls noch super. Singles sind besonders bis zum 22. unwiderstehlich und strahlen eine super positive und selbstbewusste Energie aus. Wenn eine neue Liebe auf eurer To-Do-Liste steht für 2024, dann solltet ihr euch die ersten drei Januar-Wochen rot im Kalender anstreichen. Vielleicht gibt es ja ein tolles Single-Neujahrs-Event, an dem ihr teilnehmen könnt. Aber auch Liierte werden mit ihrem Schatz schöne Momente erleben. Auch wenn ihr wichtige Gespräche vielleicht mit Kunden oder der Chefin führen müsst, würde ich euch die ersten drei Januar-Wochen empfehlen. Da seid ihr besonders überzeugend. Wirtschaftliche Themen spielen bei euch im ersten Monat allerdings auch eine Rolle und zwar keine kleine. Zum Neumond am 11. Januar wird es vielleicht Zeit, eure Finanzen zu sortieren oder ihr müsst euch anderen wirtschaftlichen Angelegenheiten widmen. Aber ihr habt ja immer ein gutes Händchen und der Neumond eignet sich auch super für eine Meditation zum Thema Wohlstand und Reichtum. Welche innerliche Einstellung habt ihr tief in eurem Herzen zum Geld? Ist es etwas, das ihr mögt oder etwas, das ihr unbewusst vielleicht sogar ablehnt? Nur wenn ihr eine positive Einstellung zu monetären Themen habt, könnt ihr Fülle auch bewusst in euer Leben ziehen. Die ersten Januar-Wochen sind auch super, um euch mit dem Thema Investition zu beschäftigen. Vielleicht findet ihr ja ein paar inspirierende Kanäle in den sozialen Medien dazu. Einen der größten energetischen Wechsel des Jahrzehnts haben wir dann direkt am 20. Januar. Erst wandert die Sonne in den zukunftsorientierten Wassermann und einen Tag später folgt dann der große Transformator Pluto. Er wird hier bis auf wenige Wochen im Herbst für die nächsten 20 Jahre stehen und bei euch die Themen Wissen und Lernen transformieren. Das ist eine super Sache für euch, die euch sicher sehr bereichern wird. Ihr gehört zu den Glücklichen, für die der Pluto-Transit großes geistiges Wachstum bringen kann. Pluto wird für 20 Jahre einen Freundschaftsaspekt zur Schützesonne bilden und dabei den kosmischen Bereich Kommunikation und Wissen aktivieren. Auch ein Jobwechsel ist in den nächsten Jahren vielleicht etwas, das euch reizt. Einen Vorgeschmack auf diese elektrisierende neue Zeitqualität erhaltet ihr am 25. Januar, wenn wir den ersten Vollmond des Jahres im mutigen Löwen haben. Er schenkt euch neue Perspektiven und weckt euren Wissensdurst. Falls ihr jetzt irgendwo Frust haben solltet im Job oder in eurer Familie, könnte euch eine Sehnsucht überkommen, in die Ferne zu schweifen. Ihr seid ja sowieso das Sternzeichen, das mit Reisen verbunden ist. Falls es gerade super stressig bei euch ist und ihr eigentlich überhaupt keine Zeit für fremde Länder habt, könnt ihr vielleicht zumindest einen Tagesausflug einplanen, exotisch essen gehen oder in Plänen für den Sommerurlaub schwelgen. Auch finanzielle Themen könnten bei eurer Planung eine Rolle spielen. Wenn ihr beim Reisen sparen müsst, dann versucht es langfristig anzugehen und einen Frühbucherrabatt mitzunehmen. Es kann sich aber kurz vor Monatsende beruflich noch spontan eine Chance ergeben, die euch ein finanzielles Extra bringt. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Januar Geburtstag habt. Lasst es krachen, denn ihr erlebt einen aktiven Start ins neue Jahr. Ob in eurer Arbeit oder anlässlich eurer Geburtstagsparty, sicher gibt es was, was ihr euch vorgenommen habt und sogleich in die Tat umsetzen wollt. Der Kosmos schenkt euch Kraft und Lust dafür. Auch Fortbildungen und persönliche Interessen sind wichtig und wenn ihr die Astrologie liebt, habe ich noch einen tollen Tipp für euch. Taucht mit mir tiefer in die Welt der Astrologie ein. In unserer nächsten Meisterklasse beleuchten wir Aspekte und Transite, den spannendsten Teil der Sternenkunde, um die Geheimnisse des Horoskops zu entschlüsseln. Ich zeige euch, wie ihr psychologische Muster deutet, Zeitqualitäten erkennt, die Dynamik zwischen Sternzeichen versteht und sogar erste Prognosen stellt. Zehn Abende voller astrologischer Erkenntnisse erwarten euch zwischen dem 27. Februar und dem 26. März per Zoom. Meldet euch an bis Ende Januar und sichert euch 60 Euro Frühbucherabatt. Ich freue mich darauf, euch auf dieser spannenden Reise zu begleiten. Alle Infos zur Meisterklasse findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ihr startet mit kosmischem Rückenwind ins Jahr, denn die vitalitätsspendende Sonne und Glücksplanet Jupiter stehen fabelhaft für euch. Einer rauschenden Geburtstagsparty steht nichts im Wege. Auch wenn ihr direkt wieder in die Arbeit einsteigt, sollte es gut laufen. Ihr habt ein sicheres Gespür für die Wünsche eurer Kunden oder Klienten und seid als vertrauenswürdige Kolleginnen und Kollegen geschätzt. Es spricht nichts dagegen, durchzustarten oder aber das Leben in vollen Zügen zu genießen, falls ihr gerade einen wohlverdienten Urlaub habt. Ab dem 4. Januar bekommt ihr für sechs Wochen zusätzlich Superkräfte, wenn Powerplanet Mars euer Zeichen besucht. Einige von euch müssen sich allerdings um familiäre Verpflichtungen kümmern. Vielleicht ist ein Familienmitglied erkrankt oder braucht aus anderen Gründen Hilfe. Falls es hier etwas zu regeln gibt, ist die Zeit bis zum 20. Januar dafür bestens geeignet. Am 11. Januar habt ihr euren persönlichen Superneumond des Jahres im Steinbock, der perfekt ist, um Inspirationen für eure Pläne zu erhalten. Wenn ihr schon wisst, was ihr wollt, dann könnt ihr in einem schönen Ritual die kosmischen Kräfte in eure Vorhaben lenken. Und das wirkt dann das ganze Jahr über. Ab dem 14. Januar stärkt euch zusätzlich der schlaue Merkur im Steinbock beim Nachdenken, Pläne formulieren, Verhandeln und Entscheidungen treffen. Die Sonne verlässt dann am 20. Januar um 15.07 Uhr euer Zeichen und tritt in den Wassermann ein. Und nur wenige Stunden später folgt dann der mächtige Pluto. Das ist eine große Sache, denn damit geht eine 15-jährige Ära zu Ende, in der Pluto den Steinbock umgepflügt hat und sicher viele von euch durchs Feuer gingen, um dann als Phönix wieder aufzuerstehen. Bis auf wenige Wochen im Herbst bleibt Pluto jetzt die nächsten 20 Jahre im Wassermann und damit ist für euch die Zeit der persönlichen Wachstumskrisen ausgestanden. Pluto wird nun den Finanzbereich eures Horoskops transformieren und das heißt, eure Einstellung zum Geld kann sich wandeln, vielleicht aber auch, wie ihr finanziell aufgestellt seid. So mancher Steinbock muss wohl in den kommenden Jahren flexibler werden, was seine finanziellen Ansprüche an Sicherheit angeht. Der Vollmond im Löwen am 25. Januar aktiviert den Bereich der Finanzen und der Werte, die ihr mit anderen gemeinsam habt. Das ist vielleicht eine Gelegenheit, in einer Meditation hineinzuspüren, welche finanziellen Entwicklungen der Zukunft für euch wichtig werden könnten. Vielleicht hat es mit der Familie zu tun. Es deutet sich ein Thema an, was euch Sorgen machen könnte oder euch stresst, möglicherweise ein finanzielles Problem oder ihr steht unter Druck, wenn ihr eine Familienverantwortung habt, der ihr aus zeitlichen Gründen nicht gerecht werden könnt. Mars im Steinbock könnte euch dazu verleiten, harsch und ruppig aufzutreten, wenn ihr sehr gestresst seid. Nehmt euch vor, rund um den Vollmond die 90-Sekunden-Regel zu üben, damit ihr euch freundlich und konstruktiv äußern könnt. Ein Happy End ist in Sicht, zum Beispiel eine überraschende Lösung oder auch die Chance, die Situation mit Humor zu nehmen. Denn weiterhin gilt, dass viele Planeten günstig stehen. So besucht euch zum Beispiel Liebesgöttin Venus ab dem 23. Januar für drei Wochen und das bringt nicht nur Aufschwung in euer Liebesleben und schenkt den Singles unter euch eine schöne Ausstrahlung, es ist auch günstig für finanzielle Transaktionen. Auch Jupiter als Planet des Wohlstands ist euch weiterhin gewogen. Insofern dürfte es ein produktiver Monat werden, der trotz etwas Vollmondstress harmonisch für euch ausklingt. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr visionären Wassermanngeborenen und Wassermann-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Januar Geburtstag habt. Seid ihr bereit für das kosmische Großereignis des Jahrhunderts, wenn der mächtige Pluto euch besucht? Im Januar 2024 ist es soweit und ein Strom neuer Energie erfüllt das Zeichen Wassermann. Aber was bedeutet das für euren Alltag? Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch einen wichtigen Tipp, falls ihr euch für Astrologie interessiert. Taucht mit mir tiefer in die Welt der Astrologie ein. In unserer nächsten Meisterklasse beleuchten wir Aspekte und Transite, den spannendsten Teil der Sternenkunde, um die Geheimnisse des Horoskops zu entschlüsseln. Ich zeige euch, wie ihr psychologische Muster deutet, Zeitqualitäten erkennt, die Dynamik zwischen Sternzeichen versteht und sogar erste Prognosen stellt. Zehn Abende voller astrologischer Erkenntnisse erwarten euch zwischen dem 27. Februar und dem 26. März per Zoom. Meldet euch an bis Ende Januar und sichert euch 60 Euro Frühbucherabatt. Ich freue mich darauf, euch auf dieser spannenden Reise zu begleiten. Alle Infos zur Meisterklasse findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Wenn euch zu Beginn des Jahres nach Ausspannen und Kräftesammeln zumute ist, dann tut das nach Möglichkeit, denn ab dem 20. Januar wird es kosmisch ziemlich aufregend. Pflegt eure Freundschaften und euer soziales Netzwerk. Wahrscheinlich erhaltet ihr einige Einladungen von euren Steinbockfreunden. Liebesgöttin Venus verspricht bis zum 23. Januar freundschaftliche und lustige Zeiten mit euren Herzensmenschen und auch schöne und prickelnde Flirts. Wichtig scheint auch euer Familienleben zu sein. Hier bekommt ihr einen schönen Rückhalt und vielleicht gibt es noch was von Weihnachten her nachzuholen und vielleicht trefft ihr euch mit Verwandten oder erhaltet überraschend Familienbesuch. Oder es steht eine Reise im Zusammenhang mit Familienaktivitäten an. Ab dem 4. Januar solltet ihr für die kommenden sechs Wochen mit euren Kräften gut haushalten. Dann zieht sich Energieplanet Mars für euch etwas zurück und es stehen vielleicht eher Meditations- und Entspannungsübungen an als sportlicher Ehrgeiz. Der Neumond am 11. Januar im Steinbock ist sehr spirituell und ihr solltet ihn nutzen, um über eure Wünsche und Pläne für das neue Jahr und überhaupt über die Energie der neuen Zeit nachzudenken. Was bedeutet es für euch, dass viele Transformationsprozesse in den nächsten 20 Jahren im Zeichen Wassermann stattfinden? Habt ihr Möglichkeiten und Wünsche, die Zukunft mitzugestalten? Wer könnte euch unterstützen? Solche Fragen werden wichtig. Und wenn ihr in einem heilenden oder sozialen Beruf oder spirituell arbeitet, werdet ihr zu Neumond bestimmt schöne Eingebungen für eure Tätigkeit erhalten. Eure Intuition ist den ganzen Monat über gestärkt und ihr habt einen guten Draht zur geistigen Welt. Das kann sich auch ganz konkret auswirken. Wenn ihr zum Beispiel schon länger eine passende Wohnung für euch sucht, findet ihr nun vielleicht eine durch ganz außergewöhnliche, scheinbar magische Umstände. Auch ein Familienthema, was euch Sorgen gemacht hat, kann sich wie von Zauberhand zum Positiven wandeln. Lauscht auf eure innere Stimme und seid offen für günstige Fügungen, die sich vielleicht auf rätselhafte Weise ergeben. Mit dem Beginn der Wassermann-Saison am 20. Januar um 15.07 Uhr ändert sich alles. Denn fast zeitgleich, nur wenige Stunden später, entert auch der mächtige Pluto euer Zeichen. Und beide Kräfte setzen gemeinsam ein deutliches Signal, dass jetzt eine neue kosmische Energie wirkt, und zwar durch euer Wesen und euer Handeln. Zunächst bemerken das vor allem die Geburtstagskinder der ersten Wassermann-Tage bzw. alle, die den Aszendenten auf 0 bis 2 Grad Wassermann haben. Ihr spürt den Wind des Wandels wahrscheinlich schon und auf jeden Fall werdet ihr euch in den kommenden Jahren neu erfinden. Durch eine neue Partnerschaft, neue Entwicklungen im Job oder vielleicht auch eine körperliche Veränderung. Das kann herausfordernd sein, aber das Ziel ist, dass ihr nachher stärker, authentischer und kraftvoller seid als je zuvor. Wie der Phönix aus der Asche eben. Auf die Dauer kommt der Wandel für alle Wassermann-Geborenen und Aszendenten. Es kann durchaus sein, dass sich bis Ende Januar im Licht des Vollmonds am 25. Januar schon eine ganz konkrete Situation zeigt, worum es gehen könnte. Der Vollmond findet im Löwen statt und aktiviert eure Beziehungs- und Familienthemen. Das ist eine gute Gelegenheit, um über die Herzensmenschen in eurem Leben zu reflektieren. Ihr seid ja nicht allein mit dem neuen Plutotransit. Wenn ihr euch verändert, betrifft das auch die Menschen in eurem Leben. Habt ihr einen guten Zusammenhalt oder gibt es vielleicht etwas zu heilen? Der Vollmond eignet sich sehr gut, um darüber zu meditieren. Übrigens habt ihr ab dem 23. und bis zum Monatsende eine gute Finanzphase. Falls es da was zu entscheiden oder zu konsolidieren gibt, wäre das eine günstige Gelegenheit. Vielleicht auch mit finanzieller Unterstützung von Seiten der Familie. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Das neue Jahr wird euch das Tor zu einer neuen Welt der Spiritualität und der Erkenntnisse öffnen. Direkt im Januar erwacht eure innere Schamanin oder eure innere Schamane und eure Träume bekommen wahrscheinlich eine neue Stufe der Intensität. Und das ist noch nicht alles. Bevor wir uns eure spannenden Tendenzen näher anschauen, habe ich noch einen Tipp. Steht auf eurer Neujahrsliste vielleicht, euch weiterzubilden? Dann wäre das hier was für euch. Taucht mit mir tiefer in die Welt der Astrologie ein. In unserer nächsten Meisterklasse beleuchten wir Aspekte und Transite, den spannendsten Teil der Sternenkunde, um die Geheimnisse des Horoskops zu entschlüsseln. Ich zeige euch, wie ihr psychologische Muster deutet, Zeitqualitäten erkennt, die Dynamik zwischen Sternzeichen versteht und sogar erste Prognosen stellt. Zehn Abende voller astrologischer Erkenntnisse erwarten euch zwischen dem 27. Februar und dem 26. März per Zoom. Meldet euch an bis Ende Januar und sichert euch 60 Euro Frühbucherrabatt. Ich freue mich darauf, euch auf dieser spannenden Reise zu begleiten. Alle Infos zur Meisterklasse findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ein neues Jahr bricht an und gleich zu Beginn gibt es gute Nachrichten für euch. Falls es mit der Kommunikation und Absprachen besonders in eurem beruflichen Umfeld zuletzt nicht so gut geklappt hat, geht's jetzt wieder voran. Wenn ihr schon wieder aus dem Weihnachtsurlaub in euer Berufsleben zurückgekehrt seid, dann profitiert ihr noch besonders bis zum 13. Januar von der Energie von Denkplanet Merkur, der ab dem 2. Januar wieder direkt läuft und euch mit klugen Ideen und scharfsinnigen Gedanken unterstützt. Legt Neujahrstermine, wenn möglich, in diese Zeit. Auch gibt es ein erhöhtes Flirtpotenzial am Arbeitsplatz. Bis zum 22. Januar ist es gut möglich, dass es die eine oder andere knisternde Situation mit jemandem gibt, mit dem ihr zusammen arbeitet oder gemeinsame Projekte abwickelt, wie Kunden oder Lieferanten. Singles, die sich zum neuen Jahr auch eine neue Partnerschaft wünschen, sollten die Augen auf jeden Fall offen halten. Für festliierte Fische wäre es gut, keine falschen Signale zu setzen, um keine Zweideutigkeiten aufkommen zu lassen. Mit eurem Freundeskreis habt ihr sicher in den ersten Januarwochen eine tolle Zeit. Im Idealfall seid ihr mit eurer Clique im Winterurlaub und könnt euch super austoben. Eine Fischefrau, die ich gut kenne, fährt mit ihrer Volleyballgruppe in der Zeit immer in ein Sportcamp im Süden. Auch das wäre eine tolle Entsprechung für den Januar. Zum ersten Neumond des Jahres am 11. Januar im geerdeten Steinbock geht es viel um eure sozialen Kontakte und Gruppen. Vielleicht wollt ihr im kommenden Jahr mehr Zeit mit Menschen verbringen, die ähnliche Interessen haben wie ihr selbst. Dann wäre das ein super Thema für eine Neumond-Meditation. Auch wenn ihr vielleicht Probleme in eurem Verein habt, weil ihr immer viel leistet und andere sich eher ausruhen, könntet ihr so ein Thema ans Universum adressieren. Was ihr feinfühlige Wesen sicher besonders intensiv merken werdet, ist der große energetische Wechsel, den wir am 20. Januar haben, wenn erst die Sonne und einen Tag später der transformative Pluto in den visionären Wassermann wechseln. Für euch beginnt dann eine Phase, in der die Spiritualität, der Glaube und alles Unterbewusste eine völlig neue Rolle in eurem Leben spielen werden. Das kann ganz großartig sein für diejenigen von euch, die spirituell arbeiten und intensiv Kontakt mit der geistigen Welt haben. Pluto gilt per se schon als mystischer Planet mit geheimen Superkräften und die könnt ihr nun bei eurer spirituellen oder magischen Arbeit anzapfen. Allerdings könnten sich auch verdrängte Gefühle aus der Vergangenheit bei euch melden, zum Beispiel im Schlaf. Ein Traumtagebuch kann hier helfen, damit ihr euch darüber bewusst werdet und solche Emotionen liebevoll anschauen und loslassen könnt. Der Vollmond am 25. Januar im feurigen Löwen richtet sein Licht auf euren Alltag und auch auf eure Gesundheit. Gleichzeitig sendet der nervöse Uranus unruhige Impulse. Das betrifft euch zwar nicht direkt, aber lasst euch vor allem durch euren Freundeskreis und eure Vereine nicht verrückt machen. Bei vielen Leuten können jetzt die Nerven blank liegen. Vielleicht bittet man euch auch um Hilfe. Wenn ihr die Kraft dafür habt, anderen zur Seite zu stehen, tut das gerne. Aber schaut, dass euch das alles nicht zu viel wird und nehmt euch gegebenenfalls Freiraum für euch selbst, zum Beispiel für eine Meditation. Vielleicht gibt es ja ein wichtiges oder auch ganz praktisches Thema, was eure Gesundheit betrifft, über das ihr gern mal in Ruhe nachdenken möchtet. Der Vollmond kann euch in einem schönen Ritual wertvolle Ideen dazu schenken. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Willkommen zum Service-Teil mit dem Gewinnspiel und Neuigkeiten. Gefallen euch die tollen neuen Sternzeichenbilder? Dann könnt ihr jetzt eins davon als Poster bestellen oder vielleicht auch jemandem zum Geburtstag schenken. Es gibt verschiedene Größen, auch für den kleinen Geldbeutel. Schaut euch doch mal im Shop um und den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung und den Shownotes. Falls ihr euch eine individuelle Jahresvorschau wünscht, die über das Sternzeichenhoroskop hinausgeht, dann könnt ihr ein ganz persönliches Beratungsgespräch bei mir vereinbaren und buchen. Allerdings gibt es da eine lange Wartezeit. Ansonsten kommt für euch vielleicht auch ein schriftliches PDF-Horoskop in Frage. Zum Beispiel würde ich euch jetzt das Pluto-Horoskop, so transformierst du dein Leben empfehlen, denn der neue Pluto-Transit geht ja jetzt richtig los. Weil Pluto-Transite langsam und nachhaltig sind, ist dieses Horoskop für drei Jahre gültig. Also wenn ihr es noch nicht habt, solltet ihr es euch bestellen, um euch einen Überblick zu verschaffen, wo der neue Transit für euch wirkt. Meine Produkte und meinen Service findet ihr auf meiner Homepage und die Links dazu stehen unten in der Videobeschreibung und den Shownotes. Der nächste Livestream ist voraussichtlich am 10. Januar. Dann sende ich von Miami aus und wir haben noch Zeit, uns das Horoskop des Neumonds vom 11. Januar anzuschauen und einen Blick auf den neuen Pluto-Transit zu werfen. Im Livestream gibt es auch ein Gewinnspiel und ihr könnt ein persönliches Horoskop als PDF gewinnen. Aus Datenschutzgründen müsst ihr euch dazu vorher bitte anmelden. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und den Shownotes. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel des Monats. Diesmal verlose ich das große Pluto-Horoskop. So transformierst du dein Leben. Er stellt für euch persönlich auf der Basis eurer Geburtsdaten. Und so könnt ihr gewinnen? Postet mir hier einen konstruktiven Kommentar, zum Beispiel wie ihr meine Horoskope für euch nutzt. Mitmachen können alle meine treuen und neuen Abonnentinnen und Abonnenten. Deswegen lasst mir ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Und vergesst nicht, das Benachrichtigungsglöckchen zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Zum Abschluss empfehle ich euch noch das Video mit dem großen Jahreshoroskop 2024 und mein ausführliches Special über Pluto im Wassermann, was bereits im letzten März erschienen ist. Nun wünsche ich euch einen fantastischen Start in ein aufregendes neues Jahr. Alles Gute mit den Sternen!